Ich bin die Paulina Gollas, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Welschwald. Ich denke, weil ich sehr kommunikativ bin, ich gebe gerne Kontakt mit Leuten, die ich kenne. Und ich möchte einfach die Frauen zeigen, dass ihnen wieder ein bisschen mehr Gewicht, dass man auch schön ist. Es ist für mich die fünfte Jahreszeit, es ist die schönste Zeit im Jahr für mich. Und das Herbstfest repräsentieren zum Dörpen oder vielleicht präsentieren zum Dörpen, das ist für mich alles. Natürlich der Bioanstich, der erste Tag, weil das ist immer ein Spektakel, wenn du dann da mit anstechen darfst. Und ich dachte, es wäre ein richtig guter Tag und sonst, glaube ich, alle anderen 16 Tage.